3, 2, 1, GO! Flugzeug, wup wup! Ausstieg in 3, 2, 1, GO! Also das heißt, wir sollten frühzeitig den Fallschirm öffnen. Ja. Fallschirm öffnen auf mein Kommando. 3, 2, 1, GO! Ja, glaube ich bin aber ein Schluck aus der Tasse. Wirklich? Ein Spieler war ich? Seht ihr was? Okay, wir sind gleich mal so weit von der Zone entfernt. Das finde ich gut. Ich mag Spieler, die nicht zu weit entfernt sind von der Zone. Also ich mag uns. Nee, du magst uns. Ja, bei uns als Gruppe. So. Wie gesagt, ich nehme jedes Karabiner dankend an. Ja, nehme ich auch gerne dankend an. Wann spielst du gerne mit Karabiner? Ich habe in der letzten Runde, wo ich in Karabiner hatte, mehr Leute getündet als du jetzt in der letzten Runde. Das war ja auch nicht sehr schwer, nachdem wir über eine Brücke fahren mussten. Das werde ich euch noch längere Zeit hinterher halten. Juckt sie. Mich nicht. Es fährt ein Auto hier rein. Aus Richtung Südwest. Dein Ernst? Dein Ernst? Ja, auf der Straße. Müsst du bei Christ gleich zu hören sein. Ich gehör schon. Das ist ein Jeep. Okay, okay, okay. Abgedeckter Jeep. Aufpassen, Boys & Girls. Seht ihr genau bei mir? Ja, ja. Das weiß ich nicht. Ich sehe nicht mehr. Ich bewege mich in deine Richtung, ne? Also mich haben sie auf jeden Fall noch nicht gesehen. Mich auch nicht. Wie leitet die VSS? Oh ja, ich weiß sie. Sie, 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 sie. Wo? Sie sind beim blauen Haus, äh, bei den Containern daneben. Ob einer die VSS haben will? Blauen Haus, Container daneben. Ja. Ne, ich würde ein bisschen nennen. Wenn jemand die VSS haben will, dann bin ich gerne dafür. Ja, gerne. Liegt in dem gelb markierten Haus. Ja, warte Michi, dann kriegst du von mir einen vierfach Scope. Hm, hab schon. Okay, Christa, kriegst du von mir einen vierfach. Hab ich schon. BTF, hier in dem Haus liegt zweimal jetzt diese Waffe. Hör mal, willst du mich voll verarschen. Würden wir uns vielleicht erst um die Gegner hier kümmern? Ja, ich, ich hätte schon... Das ist eine gute Idee. Ich zweimal. Hier im Hauptraum rechts direkt. Rechts hier, hier bei mir. Eine gute Idee. Bin ich ganz auf deiner Seite. Äh, was war noch mal Jungs? Ja, Gegner. Wo waren die jetzt? Die sind direkt bei mir hier. Von welcher Richtung aus bei dir? Südwesten so, ja. Die sind ja mit Sicherheit noch in der Nähe. Die looten ja wahrscheinlich gerade. Im blauen Haus, im blauen Haus ist einer. Ja, du hast doch einen vierfach. Oh, Schüsse. Hab ihn ausgenommen. Okay. Ein bisschen verämt, aber... Der kriecht da rum. Ich versuch... Ich versuch... Ja, dann lass ihn kriechen. Die anderen müssen ja jetzt dann irgendwann aus ihrer Deckung raus. Ich versuch in deine Richtung zu pushen, okay? Der auf den Berg hinter dir, Michi, ne? Ich seh einen anderen Spieler. Ich seh einen von denen. Der kommt von hinten an. Zum markieren ungefähre Position. Schlecht. Der bewegt sich. Aber der kommt in deine Richtung, Michi. Ja, ich seh's. Der kommt auf der Straße in deine Richtung, Michi. Ich hab noch einen gesehen. Weitere ist im Haus. Ich hab ihn angehört, gleich. Im Garten einen. Vor dem blauen... Der ist jetzt auch ins blaue Haus. Der liegt jetzt ins blaue Haus. Ich hab... Ich sehe sonst nichts. Ein bisschen orientalisch, das Haus. Ja, genau. Okay, okay, okay. Äh... Ich hab... Zone kommt, ne? Aber wir sind ja in der Nähe. Ja, ich hab nur noch 13 Schuss. Ah, da unten an der Mauer ist einer. Wieder einen ausgenommen. Hallo. Warum kann ich nicht aufstehen, Hurensohn? Der kommt in dein Haus. Der kommt... Alter, warum... Der ist gerade nicht aufgestanden, ne? In dem Haus rechts von dir. Äh... Christian. Ich schaue vor keinem. Ich schaue vor keinem. Ich schaue vor keinem. Unten. Jetzt ist er unten. Der läuft unten. Ich hab zwei Kills. Ich hab zwei Kills. Okay, dann waren der... Dann ist der eine jetzt verreckt, oder was? Ja. Hier ist einer verreckt. Ich konnte die ganze Zeit nicht aufstehen, ne? Das hat voll gebackt bei mir. Aber da muss doch noch jemand im Haus sein. Ich hab grad zwei Kills bekommen. Ne? Ja. Ist oben clear. Ist schon klar, dass wir jetzt weg gehen müssen, ne? Ja. So, können wir weg? Leute. Wir müssen jetzt hier langsam los. Wir müssen das Auto von denen suchen. Wo ist das Auto? Ja. Ich weiß, wo sie... Geht auf der Straße. Hä? Der Straße. Ich weiß, das ist sehr... sehr hilfreich, diese Information. Ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Wurde ich da nur noch irgendwie hinkommen. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen austauschen. Einfach mal stehen bleiben, ob irgendjemand was braucht. So hinter dem Stein kurz... 5,6 Muni auf jeden Fall. Braucht die... Braucht die... Stehen bleiben. Braucht die einen Vierversuche? Weil ich hab nen zweiten Vierversucher. Ja, ich hab auch nen zweiten. Ja, nen zweiten wäre schon ganz neid, ja. Ich hab noch keinen. Braucht die einen? Den könnt ihr einen geben. Äh. Leute? Wer war da hinten denn? Keine Ahnung. Ist gewechselt. Ist es jetzt 100%. Es war vorher schon 100% safe, aber jetzt ist es 200% safe. Ist es 4 fast go. Ist es 1000? Äh, vor den Spieler. Bei den Container war einer. Links an den Containern. Ist jetzt in der Halle drin. In der Halle drin. In der Halle drin. Ist ein Spieler hab ich jetzt mit einem gesehen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen umlaufen, dann... Laufen die uns vielleicht sogar in die... Die kommen aus der Halle, oder? Doch nicht. Nur verguckt. Falschallah. Es leben noch so viele, ne? Bei der Zone gleich. Die sind hinter der Halle raus. Hinter der Halle. Ah. Auf dem Berg. 30 Grad von uns. Vor Chris. Aus der Halle. Die sind auch aus der Halle raus, ne? Auf dem Gipfel vom Hügel. Auf dem Hügel. Sie sind aber noch unten. Da sehe ich auf jeden Fall Leute. Aber den oben siehst du kurz, oder? Ja. Wo, 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 wo. Ja. Von da wird Bifi getroffen. Von dem Hügel. 30 Grad. Da unten sind auch Spieler. Ja. Nord-Ost, 30 Grad. Da war ein Einzelner. Ja, unten. Positiv. Schön ausgenommen. Hab jemanden dreimal getroffen. Schön getötet. Wo, wo, wo. Ich muss hier weg. Ich sterbe. Geh in Deckung. Versuch die ein bisschen zum Laufen. Wie lege ich mich hin? Wie lege ich mich hin? Y oder Z. Eins von beiden. Y oder Z, ja. Ich muss mich grad hielen, okay? Schon bin ich nämlich gleich ein Bifi-Gürst. Freuen wir natürlich nicht. Nee. Obwohl Hunger beschlossen. Ecker. Es war der, den ich eingehittet hab. Okay. Ich muss vorher pushen. Wartet auf mich. Nehm mich mit. Mama. Ich sitz grad mal die Nachbung. Ich bin die Vorhaut. Normalerweise immer. Ach das super. Ich hab aber meinen Kill gemacht. Das war wichtig für mich. Für die Motivation. Aber hier sind doch noch Spieler andere. Wo ist der andere gestorben? Unten am Haus. Gar nicht. Von wo, von wo. Keine. Was? Äh. 30. 30. 30. Ahja. 30. Ja. Vorrede ich hab einen gesehen. Tot. Alter. One-Hit. Ja. Schöner Stuss. Haben die keine. Neun Millimeter dabei hat zufällig ne Wichtige. Hab jetzt Konzentration. Okay. Ich schau gerade noch hinter uns. Ja. Ich schau äh Richtung Norden. Nordwesten. Es geht sogar die Zone. Die Zone geht sogar. Alter. Ja. Wir müssen auch von hinten noch schauen ne. Nicht Richtung Meer nur. Sondern auch äh in die Richtung. Wo ich jetzt mich. Ja. Ich weiß schon das komplett offene Feld dahinten. Ja das ist halt. Die wollen natürlich auch von da. Wir müssen ein bisschen weiter. Eine Minute. Ich guck in die Richtung so ein bisschen ne. Dass ich was sehe vielleicht. Ja. Komm her zurück bei den Häusern. Drip. Sag doch mal was. Dass ihr weiter rennt. Ich hab doch gesagt. Wir müssen weiter. Aber das stimmt. Da hab ich wohl ganz kurz nicht zugehört. Noch jemand so wenig Lust auf die Häuser. YOLO. YOLO. Ja ich hab auch total mega Bock drauf. YOLO. Irgendwohin müssen wir. Bestimmst sind Leute in den Häusern drinnen. Die kommen jetzt von hinten. Ja und auf den Felsen. Oder hinter den Felsen. Ah ja. Irgendwo jetzt gleich kommt jemand und knallt uns ab. Also ich seh meinen Tod schon kommen. Wir knallen aber zurück Michi. Also wenn du. Schaut hinter uns. Nicht vor uns. Wir haben die Felsen aus Deckung. Schaut lieber hinter uns. Oh Schüsse. Irgendwo in Richtung Norden. Ja. Hier schon die Felsen so gut aus Deckung haben. Sollten wir jetzt wirklich absolut nur hinter uns schauen. Meinst du mehr oder? Nein da wo die Zone kommt. Von wo wir kamen. Da Spieler. Aus Richtung Nordosten. Seht ihr die? Ja Motorrad meinst du ne? Ja. Ein der wird aber beschossen. Warte mal. Ah ganz weit hinten sind welche. Ich hab ihn einmal gehittet. Er war schlecht die Position zu verraten übrigens. Im Moment nicht von hinten. Jolo swag oder? Wir sollten links rum. Nicht rechts rum an den Felsen. Oder? Bin auch bin ich auch dafür. Michi brauchst du eigentlich Heilung? Ja wir gehen doch kurz rechts rum. Ja was denn nun? Chris hat dasselbe. Chris hat dasselbe Ziviken. Falls wir gleich noch äh. Noch kurz äh. Verschnaufen können. Dann äh. 8 Versuchers an die Tasche. Meine sehr weißt du. Wirklichen. Imf, imf. Ja. Geil. Spieler auf der anderen Seite Richtung Osten. Die sehen uns. Die sehen euch. Auf dem Felsen oben. Michi. Worab die Leute... Schüsse. Woa der war knapp. Gut getroffen. Wir müssen aber... Aber wir sind nicht in der Zone drin. Spieler von äh... Ja da vorne. Steven wir müssen da weiter. Nicht schießen Steven einfach blitz. War da dran gedacht? Der direkt vor uns. Ja sag ich doch. Ausgenacht. Ich hab mit einem Schuss den ausgelockt. Ich liebe die Waffe jetzt schon. Naja go. Oh shit shit. Woa. Von wo? Ich weiß es nicht. Immer noch von drüben. Echt? Ja. Muss kurz neben. Neue Zone scheiße. Ja wir sind ja aber gleich drin. Ja aber... Sie ist gefährlich. Ja ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich versuch mal. Auto kommt oder? Yes. Motorrad. Der ist runter gesprungen. Der ist runter geflogene Typ. RIP. Wow wow wow. Hat wie es für den Dude da unten gedacht. Hinten bei den Containern hab ich einen gesehen. Hab du es gesehen? Hab du es gesehen? Hab du es gesehen? Oh shit shit shit. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Ich bin ausgenockt. Leute ihr müssen mich... Ich kann nicht zu euch weil die Zone kommt. Ist da Schutz bei dir? Nein. Nicht wirklich. Ich steck den. Ich steck den. Der kommt angekrabbelt. Ich seh ihn. Ich hab ihn gehittet zweimal. Ich wurde gehittet. Hab ihn gekillt. Hab ihn gekillt. Von rechts. Ihr müsst da weg die Zone. Ah da hinterm Baum ist noch einer. Wir müssen da hin. Wenn ihr mich irgendwie heilen könnt. Ich hab ne Sanitätssache. Bin dann wieder voll live. Kann mich nicht hinlegen. Krämer kannst du mich heilen. Oh fuck ich muss reingrabbeln. Ich hol dich. Ich hol dich. Kann mich auch einer holen? Bitte? Geht nicht. Ich geb dir Deckung Krämer. Ich setz mich vor dich. Von links. Von da wo ich jetzt nitz kommt noch einer. Da vielen siehst du siehst du siehst du siehst. Stich ich sehe sie siehst du siel. Ist ich sie es Sie sie es. ist den nicht. H Gramm assum ich muss mich heilen gerade. Warte äh wirst du schon geholt? Nö natürlich nicht Ich habe keine Option hier gerade. Ah Delete Option Jetzt ich hab ne jetzt habe ich nicht mehr Ich hab nicht mehr ent mange Ich hol Es wird wohl jemand retzten können, oder? Nö Jetzt kann ich nicht mehr wagen Jetzt Ich hab dir Sack getoppt Wow Alle Hinter dem Stein wird wohl einer sitzen schätze ich ne Wow Ah ja ich seh ihn Ich seh ihn Ich seh ihn Ah fuck Da Richtung 60 Richtung 60 ist einer Richtung 60 Richtung 75 Man jetzt soll doch nicht in meine Richtung Ich kann Oh scheiße du bist Ja ich konnte ihn nicht holen Das packt bei mir rum Mal hatte ich kurz das F Und dann hat er sich bewegt Und dann war es wieder weg Ich hab ihn von ihm von ihm von ihm von ihm von ihm Noch zwei Gegner ne? War ein gekürtet? Einer nur noch Es ist nur noch ein Gegner Jungs Alles easy Nur die Ruhe jetzt War das Habt ihr den auch 75 gekillt im Feld? Ja Ja Es gibt nur noch einen Die Frage ist Wo ist dieser Typ? Der muss euch jetzt doch irgendwo entgegen kommen Ich hab nen Helm an Michi Michi schau mal bitte grad aus in den Busch vor dir Da hat einer noch Rauch eingesetzt Wer war das? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Der ist ja unten Krämer Der muss ja aber hoch kommen Wenn er da unten ist Komm lass unten Ja? Glaub ich Da unten ist der Rauch Was hat der denn geworfen? Wart mal Wart mal Wart mal Wart mal Ja Jawoll das ist schön Der ist unten Der ist unten Der stirbt Er ist unten Habt ihr nichts? Jawoll Heiß Jungs Drei kills Drei kills Drei kills Ich hab noch nicht mal Trefferpunkte Ja ja Ich hab 30 Hitpoints Und ein kill Ich hab gut getroffen Also ich hab gut getroffen Ich hab drei kills gemacht Was ist sieben? Sechs Oh schade Fast Hitpoints Äh 116 Und 60 Killpunkte Alter haben wir die gefickte Asiaten Schön die Schlitzaugen weggerockt Juhu Scheine Da sind die Hähnchen Die Hühner Ja gewinner gewinner Hühnchendinner Gewinner winner Chickendinner Das ist das Warte weil es Englisch ist Oh oh Sorry du Warte Ja Muss schon Englisch sein Nice Trainer Love Trainer Trainer Bis zum nächsten Mal.